Mitmachen, das ist unser Credo. Selbst sehen, was dahinter steckt. Sich selber erfahren, selber probieren. Die Ideen-Expo ist der Hammer. Es braucht fünf Minuten und ich bin in der Welt der Faszination. Überall mal reingucken. Wo man einfach aktiv mitmachen kann. Macht Spaß mit den anderen was zu machen. Ist total cool. Hammer! Super! Cool! Hands-on, sich selber ausprobieren. Spaß an der Wissenschaft, Begeisterung. Schön, wenn es so hin und her spielt. Es läuft hier auf Augenhöhe, finde ich sehr gut. Über Spiel und Spaß und Freude und mitmachen. Es ist viel glaubwürdiger, als wenn wir das machen. Wir haben schon viel zusammen gemacht. Gehämmert, lackiert und auch selber Kautschuk gemacht. Wir freuen uns einfach riesig gemeinsam mit dem ganzen Team, mit den Ausstellern hier heute Abend es richtig krachen zu lassen. So viele Menschen mit so vielen Ideen. Es macht mir sehr großen Spaß. Die Schüler haben direkten Kontakt zur Technik und das hilft ihnen bei der zukünftigen Berufswahl. Wir selber als Lehrer kriegen auch ganz viele tolle Ideen. Und dann merkt man plötzlich diesen seltsamen, tollen Blick. Dieses Leuchten in den Augen der Kinder zu sehen. Wie die dann anfangen zu trampeln und Tempo aufbringen. Wo die plötzlich merken, hey, da hast du gerade etwas verändert. Man kann so viel entdecken und so viel sehen und auch halt ausprobieren. Es ist schon schön, dass man das so machen darf. Ich habe hier sehr viel mitgenommen und habe jetzt erkannt, okay, das ist die richtige Richtung für mich.